Heute sind wir hier im Bundesgesundheitsministerium. Jede Stufe zählt, heißt hier die Aktion. Das heißt, sechs Stockwerke hier für alle Besucher. Und Ziel ist, über die zwei Tage 100.000 Stufe zu sammeln. Und die Aktion ist schon richtig gut angelaufen. Und von dem her bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ganz stark, ganz stark. Glückwunsch. Das ist eigentlich die Sportart, für die ich alle Zeit habe. Ja klar, weil sie effizient sind, sie sind so schnell am Leistungsmaximum. Vor gut einem halben Jahr waren wir im Gesundheitsministerium in Bonn schon unterwegs. Da hat es auch schon geheißen, jede Stufe zählt. Wie hat sich denn das entwickelt? Ich habe von Ihrem Vortrag erzählt und bin mit praktischem Beispiel vorangegangen. Und jetzt laufen wir morgens und wir laufen zum Mittagessen runter. Das ist ja leichter. Und nach dem Mittagessen wieder in den fünften Stock. Und das hat bei mir ganz viel bewirkt. Und ich konnte das dann an meine Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Das ist ja leichter. 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 Vielen Dank.